So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Marcel Ostendorf und ich zeige euch jetzt mal, welche Funktionen Interior Cut in sich vereint. Dass es ein sehr, sehr starkes Programm für die Produktion ist, ich denke, das weiß inzwischen jedes Kind. Dazu gehören natürlich CNC-Programme, Stücklisten, Bauteilabwicklungen, Flächenabwicklungen. Mir geht es in diesem Vortrag darum, Interior Cut ist auch sehr, sehr stark im Design und zum Design gehören natürlich fotorealistische Darstellungen, ansprechende Layouts und Schnitte. Und ich zeige euch mal, wie Interior Cut all diese Funktionen in sich vereint. Grundsätzlich geht es im Vortrag hier um diese Wohnraumszene, die wir im fertigen Rendering hier im Hintergrund sehen. An dieser Stelle sehen wir das fertige Layout, oben wieder das Rendering. Unten drunter diese Bauteilableitung, die ich eben schon angesprochen habe. Die Bauteilableitung ist sehr, sehr nützlich dazu, dass man wirklich sieht, überschlägig sind alle Bearbeitungen da, wo sie hingehören. Habe ich irgendwas vergessen? Und wir sehen natürlich auch noch ein paar Schnitte und bemaßte Ansichten. So und wie man diese Szene jetzt von Anfang bis Ende herstellt, zeige ich euch in diesem Vortrag. In diesem Augenblick ziehen wir den Raum auf. Grundsätzlich finde ich es immer wichtig zu wissen, ihr müsst keinen Raum zeichnen. Wenn die Szene es hergibt, würde ich euch aber immer dazu raten, zeichnet einen Raum. Gerade dann, wenn ihr beim Kunden präsentieren wollt. So ein einzelnes Möbel im luftleeren Raum kommt nicht immer super an. Eine Raumszene habt ihr natürlich nur dann, wenn sich ein Raum drumherum befindet. Und im Interior-Cut zeichnen wir diese Räume mit einem Architekturmodul. Wir haben also einen kompletten Architekturunterbau und zeichnen Wände mit intelligenten Wandobjekten. Auch Decke und Boden sind intelligente Objekte. Man sieht das, der Fußboden fügt sich als Fußboden unten ein, die Decke oben. Diese intelligenten Objekte verhalten sich also ihrem Zweck entsprechend. Und auch Fenster sind intelligente Objekte. Seht ihr das, wenn ich die Fenster in die Wand einfüge? Die Wand erkennt das Fenster, das Fenster erkennt die Wand. Und erzeugt auch einen Durchbruch in der Mauer. Wenn ihr eine Tageslichthelligkeit um den Raum herum plant, dann fällt eben auch Licht in den Raum. Der Raum ist fertig. Wir bewegen uns jetzt in den Raum. Wir sehen auch schon ein paar Lichteffekte hier im Raum. Ich habe ein paar Spots unter die Decke noch gesetzt. Kann man, glaube ich, sehr schön erkennen. Und an dieser Stelle habe ich mir jetzt mal so ein Korpusmöbel geschnappt und stelle das hier unten auf den Boden. Man sieht, das Korpusmöbel kann ich sehr intuitiv in einer grafischen Oberfläche hier mit der Maus umformen. Ich schnappe mir immer diese blauen Modifikationspunkte. Könnt ihr erkennen, glaube ich. Und dann kann ich mit Drücken und Ziehen arbeiten und dieses Möbel umformen. Jetzt habe ich diesem Schrank noch einen Sockel verpasst. Für diesen Sockel habe ich ein voreingestelltes Set verwendet. Es gibt ja Dinge, die man im Prinzip immer gleich macht. Und wenn ich solche Standards habe, die ich immer gleich mache, bietet sich das an, dass ich mir Sets anlege. Dann kann ich später darauf zurückgreifen. Auf diesen Schrank stelle ich jetzt noch einen weiteren Schrank. Ihr habt das vorhin im Rendering gesehen. Diese Schränke sind ja im Prinzip so übereinander gesteckt. Dieser Korpus wird jetzt wieder umgeformt. Ganz intuitiv. Das ist so ein bisschen, als würde ich hier wirklich wie mit meinen Händen modellieren. Ich ziehe den einfach in die Breite. Und jetzt mache ich einen Doppelklick auf dieses Möbel und tauche in den Korpusgenerator ab. Ja. Interior Cut hat ja auch einen Korpusgenerator. Und dieser Korpus bekommt jetzt von mir erst mal eine Materialeigenschaft. Massive Eiche. Und die Eckkonstruktion, die wird jetzt auf Gehrung sein. Ja. Und dann bekommen wir noch eine Mittelseite in dieses Korpusmöbel. Und zwar im Verhältnis 2 zu 1. Ich kann in der Aufteilung entweder feste Maße eingeben oder ich kann nach Verhältnismäßigkeiten aufteilen. Ja. Das ist jetzt das Verhältnis 2 zu 1. Jetzt kommt ein ganz cooler Trick. Ich habe diese beiden Möbel in eine Gruppe untergebracht. Und wenn ich in die Gruppe abtauche, dann sehe ich nicht mehr, was sich außerhalb der Gruppe befindet. Ja. Ich kann so die Möbel freistellen. Und jetzt schnappe ich mir dieses obere Möbel, nehme den Modifikationspunkt an der Vorderseite, ziehe das so vorne raus und dann seht ihr, dass ich das bündig mit der Front des darunterstehenden Möbels ausrichten kann. Ja. Sehr, sehr intuitiv, sehr grafisch orientiertes Designen hier. So. Jetzt habe ich eine Arbeitsebene auf dieses Möbel gestellt. Und dadurch kann ich jetzt noch ein weiteres Korpusmöbel auf unseren Eichenkorbus stellen. Und im Prinzip geht es jetzt eigentlich immer so weiter. Ja. Ich stappe mir das Ding mit der Maus, passe die Höhe an. Ich kann das einfach mit der Maus drücken und ziehen. Ich kann da entweder nach Augenmaß arbeiten oder was ich auch machen kann. Ich kann feste Werte eintragen. Manchmal ist es so, ich habe exakte Vorgaben vom Kunden. Ja. Dann kann ich die Parameter da einfach eintückeln. Genau. Und weil der daneben stehende Schrank im Prinzip exakt identisch ist, ja, bietet sich das jetzt an, dass ich keinen neuen Schrank hinstelle, sondern ich mache hier einfach eine Spiegelachse und spiegel das Ding auf die linke Seite. Das Coole ist, der rechte Türanschlag wird zum linken Türanschlag. Ja. Steht dann später auch in der Stückliste im Maschinenprogramm, dass wir natürlich dann auch die linke Seite wird zur rechten Seite, die rechte Seite wird zur linken Seite. Das ist ja wichtig. Und jetzt kommt ein ganz anderer netter Trick. Ich ziehe diesen Eichekorpus per Drag and Copy nach oben. Copy und Paste kennt, glaube ich, jedes Kind, oder? Haben wir alle schon tausendmal gemacht. Drag and Copy kennen nicht so viele. Ich kann es beim Verziehen duplizieren. Das habe ich hier gemacht und dann schnappe ich mir den oberen Modifikationspunkt und richte das Ding exakt auf den Deckel des daneben stehenden Schrankes aus. Jetzt ändere ich dann wieder die Breite. Der bekommt eine Breite von, ich glaube, 780 Millimetern in dem Fall. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir die Mittelseite ein kleines Stück verschieben. Die wird jetzt nicht im Verhältnis 2 zu 1 aufgeteilt, sondern eben mittig eingebaut. Also werden die Fächer praktisch einfach halbiert, wenn wir so wollen. Genau. Und jetzt wieder per Drag and Copy kann ich das darunter stehende Möbel einfach nach oben duplizieren und dementsprechend wieder in den Abmessungen verändern. Ja, schaut ruhig eine Weile hin. Genau, die Höhe 305 Millimeter und dann steht er jetzt gleich links noch ein bisschen weiter heraus. Im ersten Entwurf hatte ich das ohne die Mittelseiten geplant. Unsere Holztechniker haben dann gemeint, ja, bist du dir wirklich sicher, dass du das so machen willst. Aus Statikgründen solltest du da Mittelseiten reinmachen. Deswegen habe ich das mal so umgesetzt. Genau. So, und jetzt sind wir mit der Konstruktion auch schon fast fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist den ganz oberen Schrank. Ich nehme mir also diesen Korpus mit der Türe. Per Drag and Copy dupliziere ich den wieder nach oben, passe die Höhe an, festes Maß von 305 Millimetern und bringe den dann eben auf die Gesamtbreite von 1100 Millimetern. In der Aufteilung ändere ich jetzt die Tür und tausche sie gegen eine Klappe, ganz einfache oben angeschlagene Klappe und bestätige das Ganze mit OK. Was wir jetzt oben auf dem Schrank noch brauchen, ist eine Kranzblende und das mache ich mit dem Sockelwerkzeug. Der Sockel kann nämlich nicht nur Sockel, sondern der kann auch Kranzblenden. Wie cool ist das denn? Ja, und der Sockel kriegt jetzt den Einfügepunkt vorne und der Vectorworks Mausfang hilft mir dabei. Ich kann das Ding jetzt genau hier auf diesen Punkt platzieren und bin mir exakt sicher, dass ich wirklich diesen Punkt, auch den mittigen Punkt, erwischt habe. Ja, kommt ruhig ein bisschen weiter hier rüber, könnt ihr ein bisschen besser was sehen. Und jetzt wieder umformen und der Mausfang hilft mir, dass ich Objektkanten fangen kann. Ich kann Teilgeraden fangen, Punkte fangen und so weiter und so fort. So, und diese Konstruktion ist jetzt im Prinzip grundsätzlich erst mal so weit fertig. Was wir jetzt aber machen, ist, dass wir die Szene ein bisschen mehr ans echte Leben heranrücken. Ja, wir wollen im Rendering, wenn wir ein ansprechendes Design abliefern, nicht einfach leere Schränke sehen. Ja, das sieht ja aus, als wenn da keiner wohnt. Und dementsprechend haben wir uns ein System überlegt, mit dem unsere Kunden ihre Szenen eben lebensechter gestalten können. Und dieses Thema, was ich anspreche, das nennt sich Boxobjekte. Boxobjekte sind zunächst mal als Dekoobjekte geschaffen worden, die wir in die Schränke reinstellen können. Wir haben eine Zeit lang von unseren Kunden sehr, sehr viele leere Schränke geschickt bekommen. Das wollten wir so nicht akzeptieren und haben dann eben für eine Möglichkeit gesorgt, die Schränke mit ein bisschen Leben zu füllen. Wir sind im weiteren Schritt dann irgendwann hingegangen, haben gesagt, diese Boxobjekte wollen erweitert werden. Warum stellen wir nur so nutzloses Zeug in die Schränke? Ja, und dann sind wir angefangen, haben uns überlegt, lass uns doch sinnvolle Dinge in die Schränke stellen. Dinge, die auch konstruktive Auswirkungen haben, wie beispielsweise Bohrungen, Ankörnungen und dergleichen. Und wir haben jetzt gerade gesehen, ich habe diese LED-Paneele in meine Schrankseiten reingebaut, also eine Elektrifizierung, eine LED-Beleuchtung in diesen Schrank gesetzt. Und diese LED-Beleuchtung ist einmal so, dass sie natürlich als Beleuchtung im Rendering zu sehen ist, leuchtende Flächen. Aber wir haben eben auch die Maschinenbearbeitung, eine Rechtecktasche, die in die Schrankseiten eingebracht wird. Und ich kriege das Ganze natürlich auch in der Stückliste raus. Das ist natürlich auch ganz wichtig mit der Artikelnummer und kann das dann direkt beim Lieferanten natürlich auch bestellen. Ja, ich stelle mal jetzt hier noch ein paar Skulpturen rein und in der nächsten Szene zeige ich es euch dann gleich nochmal, dass wir diese LED-Beleuchtung aussehen. Hier wird sie gerade platziert, die LED-Leiste in den Schrankseiten. Ich platziere auf der linken Seite eine dieser LED-Leisten und erzüge auf der rechten Seite ein gespiegeltes Duplikat. Hier sieht man die Beleuchtung mit Bearbeitung und Glowshader. An dieser Stelle seht ihr jetzt die fast kilometerlange Liste der unterstützten Importschnittstellen, die Vectorworks bietet. Vectorworks bietet ja sämtliche Industriestandards als Im- und Exporte. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach Symbolen seid, mit denen ihr eure Zeichnungen befüllen wollt, wie hier zum Beispiel diese Gitarren oder den Teppich auch, das Kissen, was ihr da hinten am Fenster seht, dann könnt ihr euch irgendwo in den unendlichen Weiten des Internets einfach bedienen. Ihr könnt es garantiert importieren. Genau, was ich jetzt mache, ich lege einen Ansichtsbereich an. Einen Ansichtsbereich auf der Layout-Ebene. Die Layout-Ebene, wie der Name das sagt, ist die Ebene, auf der wir das Plan-Layout herstellen. Das ist jetzt das Rendering, das habe ich mal vorgespult. Ist ein schnelles Rendering, was aber, also wenn ihr mich fragt, durchaus passabel ist. Sieht super aus. Aber wir sehen natürlich hinten durchs Fenster im Prinzip nichts. Graue Fläche, das soll nicht so bleiben. Deshalb habe ich mir einfach in der Google-Bildersuche mal dieses frühlingshafte Hintergrundbild hier runtergeladen. Und jetzt schiebe ich das Bild mal auf mein Rendering. Und was wir dann sehen, oha, das Rendering wird verdeckt. Das soll natürlich so nicht sein. Das Coole ist aber, Vectorworks bietet auch in dem Bereich 2D-Funktionalität auf dem Niveau eines Grafikbearbeitungsprogrammes. Auch im 2D können Objekte im Vorder- oder im Hintergrund liegen. Wir haben gesehen, ich habe dieses Bild jetzt nach hinten geschickt. Und weil Vectorworks zusätzlich Alpha-Kanal, Alpha-Pixel unterstützt, kann ich das Ding jetzt durch das Fenster erkennen. Und jetzt müssen wir es zuschneiden. Und auch dafür brauchen wir kein Bearbeitungsprogramm. Ihr braucht kein Photoshop. Das könnt ihr direkt im Vectorworks machen. Ich bin hier in der Begrenzung, zeichne einfach ein Rechteck als Begrenzung, was innerhalb des Rechtecks sieht. Das bleibt sichtbar. Außerhalb die Bereiche werden abgeschnitten. So, und wenn das Rendering fertig ist, dann können wir Beschläge setzen. Ich bin jetzt hier zurück in unserem Korpusgenerator und dort kann ich einzelne Bauteile platzieren und zum Beispiel in den Ecken Verbinder setzen. Dabei werden natürlich verschiedene Verbindungsarten unterstützt. Neben dem einfachen Holzdübel haben wir umfangreiche Datenbanken an Verbindern, Systemverbindern, wie zum Beispiel Klammechse oder auch einfache mehrteilige Verbinder wie Exzenter, Minifix, Rafix und so weiter. Ihr habt vielfältige Möglichkeiten, diese Verbinder in der Verteilung zu beeinflussen. Wir nutzen sogenannte Raster als Verteilungsregeln. Damit kriegt ihr es wunderbar hin, dass genau so viele Verbinder in den Ecken sitzen, wie ihr es für richtig haltet. Und auch bei den Bändern ist es so, wir haben Blumenbänder enthalten, wir haben natürlich Grasbänder enthalten und Hettich und alles, was ihr so braucht. Mit dem Röntgenblick sehen wir jetzt, die Beschläge sitzen. Natürlich auch mit fertigen Bearbeitungen. Habe ich das schon dazu gesagt oder habe ich es vergessen? Selbstverständlich sind auch fertige Bearbeitungen dabei. Und was wir jetzt im nächsten Schritt machen, ist, dass wir den Klammechs hier in die Gärungen platzieren. Im echten Leben würde man das wahrscheinlich nicht so machen. Da würde man einfach sagen, die Gärungen werden verleimt. Das würde halten. Aber ich setze hier trotzdem mal Klammechs. Wir wollen ja auch ein paar Maschinenprogramme am Ende sehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und außerdem kann ich bei der Gelegenheit auch zeigen, wir haben den Klammechs für sämtliche gängigen Wop-Systeme im Programm. Ganz egal, ob ihr jetzt mit Woodwop arbeitet, mit Maestro, mit NC Hobbs, mit F4 Integrate. Da sind wir betont geschmacksneutral. Ja, wir bieten den Klammechs mit den entsprechenden Maschinenmakros für sämtliche Systeme an. Für die Mittelseiten entscheide ich mich jetzt nicht für den Klammechs, sondern da nehme ich den Flexo. Der Flexo hat diese Feder. Das heißt, ich kann den Korpus grundsätzlich erstmal zusammenbauen. Und wenn der Korpus schon zusammengebaut ist, kann ich die Mittelseiten einfach einklipsen. Und was wir auch sehen, ich mache immer nur einen Klick und dieser Klammechs wird in alle gleichen Verbindungsflächen platziert. Ja, ich muss nicht auf jede Fläche einzeln klicken, weil das Programm ja intelligent genug ist, dass es mir den überall da reinsetzt, wo es dann letzten Endes auch tatsächlich Sinn ergibt. So, wir haben Verbinder gesetzt. Wir haben Bänder platziert. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Schubkasten. Der untere Schrank hier, der soll einen Schubkasten bekommen. Da könnt ihr Systemschubkästen platzieren. Natürlich die üblich Verdächtigen an der Stelle wieder. Blumen, Häfele, Würth und so weiter. Ich habe jetzt hier meine Merivo-Box, einen Systemschubkasten von Blumen platziert. Der kommt natürlich, wie alle anderen Beschläge, auch mit fertigen Bearbeitungen. Stücklisteninformationen, Preise könnt ihr dranhängen. Das ist alles immer sofort da. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Das ist unsere Aufgabe. Wir liefern die Beschläge mit. Gigantische Beschlagsbibliotheken. Alle Beschläge sind jetzt gesetzt und das bedeutet, wir dürfen jetzt Maschinenprogramme erzeugen. Im ersten Beispiel sehen wir jetzt hier das Woodwop geöffnet. Das ist jetzt irgendein Oberboden, glaube ich. Wir sehen die Kopfbearbeitung. Wir sehen die Nut in der Rückwand und dann sehen wir hier noch eins der Bauteile, was auf Gehrung konstruiert wird. Wir sehen hier schön die Gehrung, Sägen im A-Winkel, heißt das ja, glaube ich, im Woodwop. Hier dasselbe Beispiel im Maestro und auch noch mal das Teil mit den Gehrungen und den Climax Bearbeitungen. Im nächsten Beispiel zeige ich das Ganze noch mal im NC Hobbs, dass ihr wirklich auch live und in Farbe seht. Wir unterstützen sämtliche Maschinen-Wops, die man so in der Praxis antrifft. So, ich hoffe es ist mir gelungen, euch zu zeigen. Interior Cut ist nicht nur super stark in der Fertigung, sondern eben auch sehr, sehr stark im Design. Also Stücklisten, Produktionslisten, Abwicklung, Fotorealistik, Layout, Schnitte. All diese Funktionen bringt Interior Cut unter einen Hut. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich später noch ansprecht. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe auf interessante Gespräche später bei mir am Platz. Vielen Dank.